Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl, auf jeden Fall. Der Timo wird jetzt für den Rest der Saison hinter dem Alex dann einfach für die Qualität zahlen. Ja, das ist ja erstmal ein etwas ungewöhnlicher Transfer für den FC Red Bull Salzburg. Einen älteren Spieler dazu zu holen. Die Marschroute ist ja schon ganz klar, auch junge Spieler, junge Talente auszubilden. Ich habe viel erlebt in Köln, Aufstiege, Abstiege, internationales Geschäft, Auf und Abs. Und das versuche ich den Jungs einfach an die Hand zu geben. Im Hotel sind wir gestartet relativ früh, sind dann ins MRT gefahren. Das war ein bisschen mühselig, so zwei Stunden in der Röhre liegen. Ja, kann ich so auch noch nicht, aber auch verständlich. Da geht man natürlich alle Gelenke dann durch, alles wird gecheckt. Ja, die Ziele sind ja, denke ich, ganz klar formuliert. Das merkt man auch, dass alles auch auf den Erfolg ausgelegt ist und dafür stehe ich auch. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und versuche auch immer das Bestmögliche rauszuholen. Das werde ich tagtäglich versuchen, auch das Torwart-Team mit meinem Input so zu pushen, dass wir da wirklich auch Höchstleistungen bringen auf dem Platz. Bisschen Belastung, aber ich glaube, der Doc hat es für gut gefunden. Niko Mantl, den verleihen wir nach Dänemark, damit er Spielpraxis sammeln kann. Und für diese Rolle unser Tormann-Team zu ergänzen, konnten wir den Timo Horn gewinnen. Ein sehr erfahrener Mann, der viele Spieler auf höchstem Niveau gespielt hat, der mit seiner Erfahrung und mit seiner Persönlichkeit, glauben wir, einfach die Mannschaft entsprechend ergänzt und würde jetzt für den Rest der Saison hinter dem Alex dann einfach auch für Qualität sorgen. Super, perfekt. Gratuliere, freut mich. Ja, ebenso. Super, können wir morgen starten? Ja, genau. Geben wir Gas. Ja, das ist sehr familiär auf jeden Fall, sehr harmonisch wirkt es auf mich, sehr eingespielt. Auch was die Mitarbeiter angeht, was den ganzen Verein angeht. Die Jungs habe ich heute kennengelernt, also total freundlich, nett, haben mich sofort integriert. ARD Text im Auftrag von Funk czykend Wändler, fesschern! Wändler, fesschern! Wändler, fesschern! Wändler, fesschern! Jawoll! Ja, ich würde schon sagen, dass alles deutlich professioneller ist, weil definitiv alles noch mal mehr auf den Erfolg ausgelegt ist. Das merkt man, man spürt eine Mannschaft, eine extreme Energie. Erster Tag, erstes Spiel gewonnen, von daher alles gut, passt. Schnell wieder reingekommen, wunderbar. Jungs, alle mit, kommt unkompliziert und war eine coole Einheit zum Reinkommen.